Yo, hier ist Basti von der Steckkasten Crew. Es ist Mail Day, heute kommt ein Päckchen dazu. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und was gibt es Schöneres als zwischendurch mal einen coolen Mail Day? Und dieser Mail Day ist ganz besonders, denn dieser Mail Day wird einen Schnapper zutage fördern. Das ist ein Set, was ich schon länger gesucht habe, mit Originalbox, Anfang der 80er Jahre. Und ich habe einen Schnapper gemacht, durch Zufall mehr oder weniger, denn ich gehöre nicht zu denjenigen, die jeden Tag Ebay und Ebay-Kleinanzeigen wälzen, um mich selbst zu schützen. Bei mir ist es dann so, dass ich ab und zu mal reingucke und durch Zufall ab und zu auch mal einen Schnapper mache. Und das ist ein Schnapper. Und wir packen den jetzt aus. Es sind zwei Sets, es ist ein größeres Set, es ist ein kleineres Set. Die Box soll angeblich in einem ziemlich guten Zustand sein. Von den Bildern war das auch sehr, sehr schön. Zum Preis sage ich dann was. Ihr müsst ja natürlich erst mal wissen, was hier drin ist. Ich hoffe natürlich, dass ihr was Leckeres zu trinken und was Leckeres zu snacken habt, denn was wäre ein Mail Day ohne Trinken und Essen? Das heißt, genießt, relaxt, ich mache hier ein bisschen was auf. Natürlich wie immer unser kleiner Freund der Cutter dabei und dann werden wir hier mal schnippeln. Übrigens, ich habe eine Strategie mittlerweile entwickelt. Und zwar mache ich es so, wenn ich bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen was kaufe, altes Lego kaufe, Vintage-Lego kaufe, dann sage ich vorher extra noch mal dem Verkäufer oder der Verkäuferin, bitte, bitte schön verpacken und bitte, bitte kein Tesa auf die alten Boxen kleben. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es Verkäufer gibt oder Verkäuferinnen gibt, die die alten Boxen mit Tesa bekleben, damit ja keine Steine rausfallen. Ich finde das tendenziell eher nicht so gut. Wenn man Glück hat, kann man den Tesa-Film leicht abziehen. Ich hatte allerdings auch schon die ein oder andere Box dabei. Da habe ich einfach mit dem Tesa auch ein bisschen Farbe von der Box abgezogen oder ein bisschen Oberfläche. Das ist ärgerlich. Dieser Verkäufer hat mir gleich signalisiert, nein, er macht das auf alle Fälle nicht. Er treibt keinen Tesa drauf und er verpackt das auch sehr schön. Und das sieht man hier auch schon. Hier wurde nämlich sogar noch stabilisiert mit etwas Styropor. Wird natürlich aufgehoben. Denn auch bei mir und Andi ist es so, dass wir ab und zu uns natürlich auch mal von dem ein oder anderen Sammelobjekt unserer Sammlung verabschieden, das weitergeben. Und da wird es schön eingepackt, damit man sich auch mal was anderes holen kann. Es ist ja auch so, die eigene Sammlung verändert sich ja auch permanent. Man hat ja da auch mitunter verschiedene Schwerpunkte, die sich dann sozusagen herausbilden. Ich habe da übrigens ein sehr, sehr schönes Video gemacht. Das verlinke ich euch auch mal. Da geht es eben auch darum, dass man so ein bisschen den Fokus setzt. Das bewahrt einen vor zu vielen Ausgaben. Und man kann den Fokus ja auch zu einem späteren Zeitpunkt dann immer noch mal verändern. Alles zu sammeln ist definitiv eine Sache, die auf Dauer sehr kostenintensiv ist. Jetzt ziehe ich das mir... Oh, das ist auf alle Fälle eine Tüte. Das ist eine Tüte. Das tue ich mal zur Seite. Ich sehe nämlich tatsächlich auch schon den Karton von dem größeren Set. Und hier seht ihr schon den Karton von dem kleineren Set. Das hole ich jetzt mal raus. An sich sehr gut verpackt. Ich schiebe das gleich mal zur Seite. Das kleinere Set habe ich tatsächlich schon. Auch mit Box. Es war aber dabei. Das ist nämlich die 6654. Das ist dieser kleine LKW, könnte man sagen, mit Anhänger und Motorrad. Und wie gesagt, das habe ich schon, aber das war jetzt halt dabei. Das heißt, das wird auch wieder veräußert. Oh, hier ist auch eine kleine Obstfliege noch mit drin. Die hat die Reise nicht so gut überlebt. Und hier sind Einzelteile drin. Ach ja, guck mal. Hier ist sogar noch die Scheibe mit dran. Das ist auch seltener. Die bricht gerne mal weg. Anleitung ist hier drin. Teile sind hier einzeln drin. Das ist übrigens auch ein Grund. Ich filme da mal kurz rein. Das ist auch ein Grund, warum viele Verkäufer und Verkäuferinnen da noch einen Tesafilm drum machen, weil die haben Angst, dass es rausfällt. Tut das doch einfach in so eine kleine Plastiktüte und schiebt das dann rein. Und dann kann das auch nicht rausfallen. Das ist aber eine Box, die in einem ziemlich guten Zustand ist. Ich muss dann mal gucken. Die Box, die ich schon habe, ist, glaube ich, auch in einem ziemlich guten Zustand. Ich würde dann die bessere behalten. Und die andere würde ich dann einfach bei Ebay wieder veräußern. Sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Objekt der Begierde. Und ich sage jetzt mal eine Nummer. Das ist die 6371. Was ist das? Das ist die Tankstelle von 1983. Ich muss mal ganz kurz gucken. 83, lege ich da richtig? Ja, von 1983. Das ist die Shell-Tankstelle von 1983 in einer schönen Box. Die Box hat hier schon so ein paar kleine Flecken. Aber ansonsten ist sie in einem guten Zustand. Ich muss mal gucken, vielleicht kriegt man die auch weg. Die Anleitung soll auch in einem ziemlich guten Zustand sein. Das Einzige, was mir halt auf den Bildern aufgefallen war, dass einige der weißen Steine vergilbt sind. Das ist für mich aber kein Problem. Ich habe auch noch ein paar andere Steine da. Man kann das austauschen oder man bleicht das. Von uns gibt es übrigens auch ein Bleich-Video. Das kommt demnächst. Wenn ihr allerdings zu einem späteren Zeitpunkt das Video schaut, könnte es sein, dass das Bleich-Video schon online ist. Das heißt, navigiert euch unbedingt durch unsere anderen Playlisten durch. Da sind so viele coole Videos. Die unter euch, die uns natürlich regelmäßig verfolgen. Daumen hoch. Die wissen natürlich auch, wann was online geht oder wann was online gegangen ist. Zurück zu dem Set. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, der Preis war ziemlich gut. Ich habe es, wie gesagt, durch Zufall entdeckt. Auch wenn ich dieses Set schon lange suche. Ich war jetzt zufälligerweise bei Ebay drin. Habe da geguckt nach dieser Tankstelle 6371. Und prompt habe ich dieses Set gesehen. Sofortkaufpreis, ich glaube 59,99. Das ist für dieses Set mit Boxen ein sehr, sehr guter Preis. Da darf man nicht zu lange zögern, zumal ja auch dieses kleine Set noch dabei war. Ist auch 20 Euro mit Box wert. 20, 25 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht auch 30. Dieses Set wird normalerweise für locker 100, 120 Euro mit Box angeboten. Gibt es aber manchmal auch gar nicht mit Box. Also von daher, no brainer. Muss sich zuschlagen. Ist natürlich eine schöne Schiebebox. Schöner Schiebekarton. Sieht auch, wie gesagt, alles noch schön aus. Bis auf diese braunen Stellen hier. Ich zeige euch das nochmal kurz. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht in irgendeiner Form wegbekomme. Übrigens, weil ich das hier drüben schon dahin hingelegt hatte. Einige von euch denken sich vielleicht, du hast doch vor kurzem erst eine Tankstelle, eine Shell-Tankstelle vorgestellt. Ja, die von 1986 habe ich vorgestellt. Im Prinzip der Vorgänger davon, stelle ich mal hier hinten hin. Zieht euch unbedingt mal das Video rein. Ich habe übrigens noch diese Exxon-Tankstelle. Diese US-Tankstelle von, ich glaube 1979, da hinten im Regal. Gas Station. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Wird natürlich auch noch vorgestellt. Die habe ich auch vor kurzem durch einen Tipp bekommen. Auch mit einem seltenen Karton. Wie gesagt, Tankstellen gibt es ja von Lego eine ganze Menge in den 70er, 80er Jahren. Aber die hatte ich halt noch nicht. Und jetzt packen wir mal aus. Hier ist eine Grundplatte dabei. Die ist auch in einem ziemlich guten Zustand. Die ist auch tatsächlich überhaupt nicht vergilbt. Das ist auch die Originalplatte. Ja, müsste ich mal gucken. Ich glaube, die ist sogar exklusiv von dem Set. Muss ich aber nochmal schauen. Bei den Tankstellen waren ja immer ein bisschen andere Grundplatten dabei. Ihr seht das ja auch. Die unterscheidet sich so ein bisschen. Und die Anleitung ist hier. Die Anleitung ist auch in einem ziemlich guten Zustand. Also das Set ohne Box, nur mit der Anleitung für 59 Euro, wäre schon in Ordnung. Also könnte man so machen. Ich gucke mal kurz rein. Die Klammerung. Das funktioniert auch alles noch. Super. Ach, hör auf. Das Set ist nach neun Bauschritten fertig. Es sind jetzt auch nicht so mordsmäßig viele Teile. Könnt ihr das sehen? Ja, es sind nicht so mordsmäßig viele Teile. Aber das ist trotzdem der Knaller. So. Und hier sieht man schon, auch ganz gut eingepackt. Hier mit so ein bisschen Styropor. Fusselage nenne ich das jetzt mal. Und hier sieht man schon, das ist ein bisschen vergilbt. Oben die weißen Teile. Ich weiß nicht, ob das hier die Studiobeleuchtung gut einfängt. Aber die sind schon ganz schön vergilbt. Hier sind übrigens auch Technikbricks mit drunter. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, die Platten hier oben werden gesäubert, werden gegebenenfalls gebleicht oder eben ausgetauscht. Das ist überhaupt gar kein Thema. Hier ist auch ein Motorrad dabei und hier ist auch die Scheibe dabei. Wie gesagt, auch keine Selbstverständlichkeit. Hier das Serviceauto. Das ist in einem erstaunlich hellen Weiß. Das ist kaum verblichen. Sieht ziemlich gut aus. Und wie gesagt, viele Einzelteile. Die Hebebühne ist auch ultra gut. Die ist nämlich aus solchen Hingeplates und Plates irgendwie zusammengefriemelt. Da kann man dann das Auto reinstellen. Und es ist wirklich grandios. Also diese Tankstelle ist wirklich grandios. Es gibt auch bestickerte Teile hier oben. Aber es gibt auch bedruckte Teile. Und wie gesagt, das muss ich jetzt hier mal durchgucken, ob da alles dabei ist. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Verkäufer geschrieben, dass noch eine Schaufel fehlt oder ein Schraubenschlüssel. Sollte aber auch kein Problem sein. Ja, liebe Freunde. Ich mache mir jetzt ein Käffchen. Ich werde jetzt hier gucken, dass ich das schön sortiert bekomme. Dass es wieder vollständig ist, wenn wirklich was fehlt. Und dann gibt es natürlich demnächst auch ein Review bei uns im Kanal. Die Zeit könnt ihr euch bis dahin noch vertreiben, indem ihr noch das ein oder andere Video schaut. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch auch mal die Stadtplaylist. Wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht es euch rein. Das große Parkhaus. Eines der besten Lego-Stadtsets aller Zeiten. Habe ich auch schon gereviewt. Und viele andere Sachen. Zieht es euch rein. Und bleibt entspannt. Bleibt auf Empfang. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.